...2,3,4 ...2,3,4 ...2,3,4 ...2,3,4 ...G ...2,3,4 ...1,2,3,4 ...2,3,4 ...1,2,3 ...G und C ...Koll! So, und wenn man dreimal direkt hintereinander ... und ... was ist das dann? Alle vier wieder? Die zwei Zeilen ...3,4 ...1,2,3,4 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 ...2,3,4 ...2,3,4 ...2,3,4 ...1,2,3,4 ...1,2,3,4 ...1,2,3,4 Du bist die ganze Zeit verborgen in der zweiten Zeile. Sollen wir es gleich nochmal probieren? Nein. Nein. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sehen, zwei, drei, vier. Ehen, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ehen, zwei, drei, vier. Ehen, zwei, drei, vier. So gut. Vier, eins, zwei, drei, vier. Sehen, zwei, vier, vier. Zwei, vier, vier. Ehen, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und Achtung, der schnelle Wechsel. Und Ehen und Zehen. Gut. Perfekt. Naht. 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 Auf, Schlag ein. Au, naht. Das war... Eins, zwei. So, der hat weggeschnitten. Echt? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Pause. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Letzte Zeile Bitte auf C? Ja 2,3,4,1 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 Er ist! Er ist! Er ist! Gut! 4,1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 C,2,3,4 G,2,3,4 2,3,4 F,2,3,4 C,2,3,4 Und schneller wechseln Aha! Gut! 1,2,3,4 1,2,3,4 Gut. Ich war im Takt, du und ich. Und du hast dich verspielt. Aber sie war hauptsächlich im Takt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Geh in zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Pause. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Geh in zwei, drei. Aus, zwei, drei. Pause. E, D, F, F, D, F, G, D, F, G. E, D, F, F, G, F, G. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Geh in zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Pause. So weit. Gut. Das war's jetzt schon? Jetzt ist es im Kasten. Ne, müssen wir jetzt schon gehen?